hallo und willkommen bei bildner tv wollt ihr an eurer samsung galaxy watch 4 oder der watch 4 classic einstellungen verändern apps installieren oder auch einfach nur das zifferblatt verändern ja das alles zeige ich euch heute in diesem video also bleibt dran hallo ich bin der andy und mich freut es dass ihr wieder bei uns rein schaut hier bei bildner tv eurem kanal für praktische tipps zum digitalen leben und wir schauen uns heute mal weiter die samsung galaxy watch 4 an übrigens von der bedienung und allem was ich so zeige ist es auch nahezu identisch mit der samsung galaxy watch 4 classic bei den beiden uhren ist nur der unterschied dass hier oben eine lunette hat bei den einen hier bei der watch 4 da muss ich das ganze einfach mit einer touch bewegung steuern und bei der watch 4 classic da könnt ihr die lunette drehen um einstellungen vorzunehmen aber sonst ist alles genau identisch ja und eben um einstellungen geht es heute wie können wir das zifferblatt ändern wie können wir apps installieren wie kann ich andere einstellungen vornehmen wie sich meine uhr verhalten soll zb wenn ich einen anruf krieg ja und dazu brauchen wir eine app auf dem smartphone außer ihr benutzt eine galaxy watch mit lte die ja sozusagen stand alone benutzen könnt da könnt ihr natürlich die ganzen einstellungen auf der uhr vornehmen und ihr könnt auch bei der version ohne lte die einstellungen auf der uhr vornehmen nur das ist ein bisschen fusselig und hakelig deswegen ist es viel bequemer und übersichtlicher wenn ihr das ganze am smartphone vornimmt was braucht ihr dazu nun die app habt ihr schon schauen wir mal drauf und zwar brauchen wir die app die wir schon installiert haben um unsere smartwatch mit dem smartphone zu verbinden nämlich diese galaxy wearable app hier dieses blaue logo mit dem wear die habt ihr schon gesehen im letzten video als ihr euch gezeigt habt wie ihr eure uhr mit dem telefon hoppeln könnt und genau diese app brauchen wir auch weiterhin das ist unser steuerzentrum und das starte ich jetzt mal wieder so ihr seht man ist auch gleich mit seiner uhr verbunden man sieht hier oben die ziffern anzeige das ziffernblatt der uhr und hier nochmal den namen mit der seriennummer falls ihr das nicht habt falls ihr mehr geräte habt dann könnt ihr hier auf dieses hamburger symbol tippen und hier sieht ihr dann alle geräte aufgelistet und da wählt ihr einfach eure uhr aus ja und jetzt habt ihr hier im grunde vier große bereiche nämlich ziffernblätter bildschirm kacheln und quick panel ja ziffernblätter habe ich euch im letzten video schon gezeigt aber auch hier der vollständigkeit halber mache ich es nochmal kurz wenn wir uns meine uhr hier anschauen dann seht ihr hier das ziffernblatt modern ich hätte lieber gern was klassisches da gehen wir einfach in die app und tippen eben hier auf ziffernblätter und jetzt habt ihr hier eine ganze palette an verschiedensten ziffernblätter zur auswahl ihr könnt hier einfach rüber wischen und da seht ihr was alles zur auswahl habt hier unten habt ihr dann noch ein paar so classic themen was halt wirklich uhren darstellt und je nachdem was ihr haben wollt nehmen wir hier mal wirklich das ganz klassische tippt ihr das ganze an dann wollen wir noch das ganze zulassen und installieren ja und dann wird das auch heruntergeladen und als neues ziffernblatt festgelegt ja jetzt seht ihr ist das ziffernblatt heruntergeladen und auch gleich eingerichtet schalten wir nochmal ein und wenn wir wieder in unsere app schauen dann seht ihr ist jetzt hier auch das ziffernblatt eingerichtet und ihr habt hier einen punkt anpassen da könnt ihr noch zusätzlich zum beispiel die farben verändern und bei manchen uhren habt ihr auch noch zusatzfunktionen die ihr da auch noch einstellen könnt also wenn ihr jetzt hier lieber silber habt dann tippen wir einfach mal hier silber an und schon bekommt ihr hier eben ein silbernes ziffernblatt oder ein blaues je nachdem wie ihr es gerne hättet ja und neben der farbe könnt ihr auch noch weitere dinge einstellen wie zb soll das datum angezeigt werden oder wollt ihr den schrittzähler oder eine sekundenanzeige und das findet ihr unter dem punkt komplikation also ihr seht ich bin immer noch in den ein paar anpassungen meines ziffernblatts hier wo ich die farbe eingestellt habe und ich gehe oben auf komplikation und ihr seht jetzt hier blau markiert um welchen bereich es sich handelt also es handelt sich jetzt um diesen bereich den kann ich jetzt hier bei diesem ziffernblatt einstellen bei anderen ziffernblätter habt ihr mehrere möglichkeiten da habt ihr vielleicht links und rechts einen solchen kreis müsst ihr einfach nur drauf tippen je nachdem welchen ihr verändern wollt und ihr seht jetzt für mich hier für den unteren sind hier die sekunden eingestellt und jetzt kann ich hier anstatt der sekunden zum beispiel den schrittzähler nehmen jetzt tippe ich einfach die schritte an und dann seht ihr hat sich das geändert und dann wird hier meine schrittzahl angezeigt also alles was ihr findet puls wochentag akku anzeige das könnt ihr entsprechend hier reinlegen ja und sobald das passt tippt ihr einfach auf speichern und schon wird das ganze für eure anzeige übernommen ja und ich gehe noch mal eins zurück das waren die ziffernblätter das nächste was sicherlich interessant ist ist der app bildschirm und zwar wenn wir kurz bei der uhr anschauen wenn ich hier auf meinen app bildschirm gehen dann aktivieren wir die uhr und ich wische einfach von unten nach oben das ist der app bildschirm hier sehe ich jetzt die apps und da kann ich einfach weiter von unten nach oben wischen und sehe so all meine apps und am praktischsten ist es natürlich wenn ich die apps die ich häufig benutze ziemlich weit oben habe damit ich da nicht immer scrollen muss und das könnt ihr einstellen auch hier in der smartphone app einfach bei app bildschirm und hier seht ihr jetzt die apps die hier alle angeordnet sind da kann ich auch weiter nach unten wischen und jetzt nehmen wir mal an ich benutze sehr häufig hier diese stoppuhr ihr seht die ist hier relativ weit unten und hier ganz oben habe ich zum beispiel so aktuelle apps oder samsung hells oder messages kontakte samsung hells monitor wenn ich jetzt meine stoppuhr weiter nach oben verschieben will dann tippt ihr einfach drauf haltet einfach euren finger drauf getippt und jetzt schiebt ihr den mal hoch und ich gehe jetzt mal hier zum play store und ihr seht dann verschiebt sich das entsprechend und jetzt habe ich hier meine app neu angeordnet also wie gesagt schiebt die die ihr häufig verwendet am besten weit nach oben oder an der stelle wo ihr sie schnell findet thema apps was ist wenn ich weitere apps haben will nun die ladet ihr euch von eurem smartphone herunter über den app store ganz normal so wie es auch von euren apps für das handy gewohnt seid und ihr könnt hier in diesem app bildschirm wenn ich da mal ganz runter blättere da hat er auch suchen sie nach etwas anderem apps dann tippt ihr einfach da drauf noch eins ist wichtig wenn ihr hier die reihenfolge verändert habt nicht vergessen hier auf speichern zu tippen und wenn ich jetzt hier wieder den app bildschirm gehen ganz unten suchen sie nach etwas anderem apps könnt ihr da drauf tippen dann bekommt ihr eine übersicht was für apps ihr auf eurem auf eurer smartwatch installiert habt wenn wir hier mal runter blättern das sind jetzt alle die die ich drauf habe und hier findet ihr empfohlene anwendungen die könnt ihr euch hier wenn ihr sie an tippt herunterladen und ihr seht hier ganz unscheinbar diesen kleinen pfeil nach rechts wenn ich den antippt dann komme ich sofort in google play und bin hier im play store und kann hier apps herunterladen ihr könnt aber auch ganz normal den app store auf eurem smartphone öffnen und euch da nach entsprechenden apps umschauen so jetzt ist nur die frage welche app ist denn für meine watch geeignet nun da geht ihr her und jetzt suchen wir einfach mal eine app ich tippe hier mal auf suchen hier oben und ich nehme hier mal diese app live sam und wenn ihr euch so eine app sucht dann seht ihr jetzt ist es jetzt durch die suche dann habt ihr hier oben dieses gerät mit dieses gerät ist im moment mein smartphone gemeint mein handy wenn ich aber dahin tippe dann habe ich auch die smartwatch hier zur auswahl und jetzt zeigt er mir nur noch apps an die auch für die watch geeignet sind also hier oben könnt ihr einfach umschalten für welches gerät ihr das herunterladen wollt ganz wichtig weil sonst sucht ihr nämlich nur noch apps die für euer phone gedacht sind und dann müsst ihr erstmal herausfinden ob die auch für die watch funktionieren wenn ihr euch dann für eine app entschieden habt ich nehme jetzt hier mal diese live sam gesunde ernährung das ist so ein ernährungs guide wo ich dann auch eintragen kann ja wie viele kalorien was habe ich gegessen wie viele kalorien habe ich zu mir genommen wie viel habe ich verbraucht und ja ich bin jetzt im app store und kann jetzt hier die app installieren und da werfen wir mal einen blick unter diesen installieren button da seht ihr ich kann dieses diese app auf dem gerät das auf dem smartphone installieren oder auch hier auf meiner smartwatch wenn ich da näher ran zu mir seht ihr habe ich hier diese anzeige und rechts beides ist aktiviert das heißt es wird sowohl auf dem handy als auch auf meiner uhr installiert hier ist ein kleiner pfeil wenn ich da drauf tippe dann blendet das ganze aus aber es steht immer noch hier auf smartphone und smartwatch installieren wenn es nicht da steht wenn da gar nichts steht dann wird es normalerweise nur auf eurem handy installiert ja und so könnt ihr jetzt euch eine app aussuchen und sie installieren einfach nur noch auf installieren tippen und das war's ja dann habt ihr noch zwei einstellungen nämlich einmal die kachel einstellungen und das quick panel ich zeige euch mal schnell auf der uhr was es sich jeweils handelt und zwar bei den kacheln ist folgendes gemeint wenn ich jetzt hier meine uhr aktiviere dann kann ich hier von rechts nach links wischen und dann habe ich jetzt hier zum beispiel ja mein health monitor mit wieviel schritte ich schon gemacht habe wieviel kalorien ich verbraucht habe dann habe ich hier punkte zu gehen laufen also ich habe hier verschiedene sachen die ich aufrufen kann körperfettmessung schlafmessung das wetter muss die jetzt einfach hinzufügen klicken das sind verschiedene anzeigen kalender anzeige die ich jetzt hier durchgehen kann und alles was hier auftaucht das ist voreingestellt und das sind die kacheln und da könnt ihr auch welche entfernen oder andere hinzufügen und das quick panel auch das zeige ich euch schnell das quick panel ist kennt ihr schon von eurem handy und zwar wenn ich von oben nach unten wische dann habt ihr hier schnelleinstellungen zum beispiel ausschalten oder hier den schlaf modus oder wenn ich mal nach rechts wische ich habe noch zwei weitere seiten das sind die kacheln hier könnte zum beispiel die helligkeit regeln also wenn ich mal auf helligkeit tippe da kann ich die helligkeit regeln da ist natürlich klar je heller ich einstelle desto mehr akku verbrauche ich auf meiner uhr und ihr seht ich habe meine helligkeit hier auf voll gedreht der kreis ist zu und jetzt drehe ich hier an der lunette und da ist der unterschied bei der classic version würde ich hier drehen den gehäuserand die linette und hier fahre ich einfach am rand um die helligkeit zu regeln und mit dem zurückknopf komme ich immer wieder zum vorherigen menü hier habt ihr zum beispiel auch eine taschenlampe die ihr aktivieren könnt links oben oder hier zum beispiel den flugzeugmodus den ihr einstellen könnt ja und wenn ihr die kacheln anders anordnen möchtet weil ihr zum beispiel die taschenlampe häufig hernehmt dann könnt ihr das auch in dem menü machen und das schauen wir uns auch mal schnell an sowohl die kacheln als auch das quick panel also die kacheln das sind sozusagen meine großen app anzeigen die von links nach rechts gehen und hier seht ihr alle nochmal aufgelistet die kann ich hier auch nochmal durchgehen und ihr seht sie hier von oben nach unten auch nochmal aufgelistet und zwar die wo hier stehen diese hier die sind nicht installiert deswegen habt ihr hier auch rechts immer ein großes plus stehen auf das müsst ihr einfach nur drauf tippen dann wird diese kachel hinzugefügt und ihr habt die quasi ganz hinten dran und wenn ihr eine weg haben wollt dann nehme ich zum beispiel hier oben eine wenn ich sage ich brauche die wetterfeuersage nicht dann tippt ihr einfach hier auf dieses minus und dann wird diese kachel aus dem menü entfernt ja und ihr seht was alles hier zur verfügung steht das können übrigens noch mehr kacheln sein je nachdem welche apps ihr installiert habt und genau so funktioniert das auch für unsere quick panels also hier einfach auf quick panel tippen und dann seht ihr hier die drei panels und wenn ihr jetzt ein panel verschieben wollt wie zum beispiel das blitzlicht dann geht einfach mit dem finger drauf und haltet eure finger drauf gedrückt wartet ein bisschen und jetzt seht ihr könnt ihr das nehmen und verschieben an einen neuen platz auch auf ein anderes panel und wenn ihr das komplett herauslöschen wollt dann tippt ihr oben einfach hier bloß auf dieses minus symbol einfach drauf tippen dann wird das von dem quick panel entfernt und hier unten habt ihr die noch verfügbaren schaltflächen also was ihr noch zusätzlich einschalten könnt wie zum beispiel lautstärkeregelung oder auch den nfc chip zum aktivieren und deaktivieren nfc braucht ihr wenn ihr mit eurer uhr bezahlen wollt dann solltet ihr den ja entsprechend aktivieren und deaktivieren können dann wäre es vielleicht ganz ratsam sich den noch zusätzlich dort nach oben zu legen habt ihr eure einstellung vorgenommen es speichern nicht vergessen ja und dann sind eure einstellungen schon übernommen und ich gehe jetzt mal zurück ja und das wären eigentlich schon die wichtigsten einstellungen rund um eure smartwatch wenn ich da mal ein bisschen spielt werdet ihr feststellen das geht euch ganz schnell von der hand und zwei kleine tipps habe ich noch doch zuvor noch ein hinweis wenn ihr alles aus eurem smartphone rausholen wollt dann werft doch da einen blick in unseren guide zu den smartphones also zum beispiel für samsung galaxy a 53 aber natürlich wie ihr seht auch für viele viele andere aktuelle smartphones erhältlich hier mal alle aus der samsung reihe geht dazu einfach wie auf bildner verlag punkt die dort findet ihr all unsere bücher und natürlich verlinke ich euch ist unter dem video mit etwas glück könnt ihr auch ein buch gewinnen nämlich wenn ihr einfach ein kommentar unter einem unserer videos da lasst denn einmal in der woche verlosen wir unter allen kommentatoren ein buch zur freien auswahl ja und jetzt noch die letzten tipps und zwar ihr habt hier einen button uhr finden und der ist ganz nett wenn ihr die uhr mal verlegt habt und ihr sucht die dann nehmt einfach euer smartphone und geht hier auf uhr finden tippt da drauf so und jetzt starten wir das ganze mal und dann fängt die uhr nämlich an einen ton von sich zu geben und ihr seht auch wenn wir mal von oben drauf schauen kommt auch die meldung die uhr wird gesucht jetzt müsst ihr einfach nur dem geräusch nachgehen und können so ganz leicht unsere uhr finden wenn wir sie gefunden haben einfach auf das x auf das x und oben wischen und schon haben wir es deaktiviert und was in die eine richtung geht geht natürlich auch in die andere richtung das heißt wenn ich jetzt mein smartphone verlegt habe und habe meine uhr am handgelenk dann kann ich natürlich das ganz genauso auf meiner uhr starten dass mein handy gesucht wird und zwar einfach von oben nach unten wischen und jetzt wischt ihr einfach ganz nach rechts rüber dort findet ihr dieses kleine symbol diese lupe und da tippt ihr drauf das bedeutet ihr sucht euer smartphone und ihr hört schon jetzt bimmelt mein handy auch das bestätigen wir dass wir es gefunden haben und so könnte dann auch euer smartphone suchen ganz praktische geschichte habe ich schon ab und zu mal gebraucht ja wenn euch dieses video gefallen hat dann freue ich mich über ein like wenn ihr noch fragen was erwartet uns im nächsten video da zeige ich euch wie ihr eure smartphone das armband wechseln könnt das geht auch ganz schnell und einfach und ich gebe euch noch ein paar tipps zu zubehör für eure smartwatch ja ich freue mich schon auf das nächste video abonnieren nicht vergessen dann sehen wir uns garantiert hier bei bildner tv ciao